Es ist wieder soweit, wir starten in eine neue Aussaatrunde. Also schnappt euch eure Saatguttütchen und macht eure Aussaaten mit mir. Man kann im Mai super viel immer noch aussäen und es stehen ja auch die Eisheiligen an Mitte Mai. Und danach können wir die Tomaten, die Auberginen und die Paprika, die ganzen Gemüse, die richtig Spaß machen, nach draußen pflanzen. Darum wird es heute also auch gehen. Wir starten jetzt mit der Anzucht und ich zeige euch, welche Gemüse ihr jetzt in die Erde bringen könnt. Und wir fangen an mit dem ganzen Wintergemüse, denn jetzt ist die Zeit, wo man an den Winter denken muss. Wenn ihr im Winter immer noch ganz viel Lauch und die ganzen anderen Wintergemüse essen möchtet und aus eurem Garten ernten möchtet, dann bringt die jetzt in die Erde, weil die brauchen diesen Vorsprung. Die müssen im Winter schon groß sein, deswegen muss man die rechtzeitig im Jahr aussäen. Und da fangen wir jetzt an mit dem Winterlauch. Die Sorte, die wir anbauen, heißt Blaugrüner Winter. Den bauen wir seit Jahren an und sind super zufrieden mit dem. Und da sähe ich jetzt einfach ein paar Samen in ein Schälchen, bedecke sie mit Erde, können alle in einem Töpfchen bleiben, bis man sie dann am Ende nach draußen pflanzt. Dann vereinzelt man einfach die Pflänzchen, die alle zusammen in einem Topf gewachsen sind und pflanzt sie einzeln ins Beet. So, leicht andrücken und natürlich Beschriften nicht vergessen. Das hier sind übrigens Eisstäbchen. Da haben ja auch viele gefragt, was wir da zum Beschriften nehmen. Finde ich ganz toll, wenn man da keinen Plastikmüll hat. Und am besten immer mit einem Bleistift beschriften. Ich habe das viel zu oft schon mit Eddings gemacht. Und das wäscht sich einfach raus und man kann am Ende nichts mehr lesen, was auf dem Schältchen draufsteht. Wir machen mit einem richtig tollen anderen Wintergemüse weiter. Das ist der Zierkohl. Den kennen in Deutschland super wenig Leute. Ich habe das Saatgut hier auch, glaube ich, aus Polen importiert. Oder ist das polnisch? Ich kann den Namen auf jeden Fall nicht aussprechen von diesem Sortenmix. Das ist auch das einzige Saatgut, das ich verwende, das nicht biologisch ist und vielleicht sogar ein Hybrid. Ich kann es leider nicht erkennen auf der Packung. Aber Zierkohl ist so ein toller, frostharter Kohl. Den baut man eigentlich zur Zierde an, also weil er halt so wunderschön ist. Aber man kann den auch essen. Ich finde das immer voll schön, wenn Gemüse nicht nur lecker sind, sondern auch im Beet und auf dem Teller richtig schön aussehen. Die sähe ich jetzt auch alle erstmal in ein Töpfchen. Und dann pikiere ich die, sobald die aus dem Keimblattstadium raus sind und ihre ersten richtigen Laubblätter gebildet haben, sodass jeder dann später ein eigenes Töpfchen bekommt. Ups! Machen wir weiter mit dem Weißkohl. Auch wenn das kein klassisches Wintergemüse ist, obwohl er sehr frostart ist. Also man kann den ruhig auch länger noch im Beet stehen lassen. Der steckt Frost ziemlich gut weg, wie voll viele andere Gemüse auch, denen man das oft gar nicht zutraut. Ich sähe jetzt eine Sorte aus, die heißt Holsteiner Platter. Ihr könnt aber auch, wenn ihr Sauerkraut herstellen wollt, die Sorte Dormana aussäen und dann euer eigenes Sauerkraut herstellen. Das geht natürlich auch mit vielen anderen Sorten. Ich kann mir vorstellen, dass diese Sorte dafür auch super gut geeignet ist. Aber manche Sorten eignen sich dafür einfach ein bisschen besser, weil die zum Beispiel ein knackigeres Sauerkraut abgeben. Und deswegen stehen wir total auf diese Sorte Dormana. Als nächstes steht der Rosenkohl auf dem Programm. Für den ist es jetzt auch Zeit. Der braucht auch ein bisschen Vorsprung. Ich finde sogar, dass es im Mai oft schon ein bisschen spät ist, um Rosenkohl zu säen. Es kommt natürlich immer auf die Sorte an. Manche kann man auch noch im Juni und Juli wunderbar aussäen. Aber ich mache das meistens lieber ein bisschen früher, sodass sie die Zeit haben, dann auch richtig schön groß zu werden und am Ende auch einen guten Ertrag abzuwerfen. Ein anderer Winterkohl, den wir jetzt aussäen, ist der Grünkohl und der Palmkohl. Die sind sicher super ähnlich. Wir essen nicht so gerne Grünkohl, deswegen haben wir den letztes Jahr zum Beispiel überhaupt nicht angebaut. Aber ja, so ab und zu ist das schon nicht schlecht. Ihr werdet wahrscheinlich auf die Barrikaden gehen, weil ihr Grünkohl bestimmt total lecker findet. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf den Palmkohl, weil der so wunderschön ist. Da bauen wir die Sorte Nero di Toscana an. Die kann man aber auch echt noch deutlich später im Jahr aussäen. Also da ist es jetzt wirklich nicht eilig, dass der jetzt super schnell in die Erde muss. Und dann sähe ich jetzt noch die Sorte Ostfriesische Palme aus. Die kennen bestimmt auch viele von euch. Die schlägt sich gut im Garten, die gibt einen guten Ertrag ab, sieht hübsch aus. Was will man mehr? Grünkohl ist übrigens super unempfindlich, was diese ganzen Kohlschädlinge angeht. Weißkohl, Rotkohl, Blumenkohl und so weiter. Die werden ja super schnell von allen möglichen Schädlingen befallen. Und der Grünkohl auch, also gerade auch die weiße Fliege. Aber ich finde, mit dem Kohlweißling hat man da viel weniger Probleme. Also vielleicht als kleine Idee für diejenigen von euch, die sonst immer so unter den Kohlschädlingen leiden. Wir machen weiter mit dem Salat. Da sähe ich jetzt die Sorte Pirat aus, weil die so schön schossfest ist. Der Salat möchte ja im Sommer immer ganz gerne blühen und schmeckt dann nicht mehr so lecker. Und deswegen ist es ganz klug, wenn man sich im Jahresverlauf immer ein paar unterschiedliche Sorten zurechtlegt. Der macht sich super gut im Sommer und im Winter haben wir dann andere Sorten, die da super gut funktionieren und sehr frosthart sind. Wichtig beim Salat, dass es ein Lichtkeimer, also die Samen nur oben aufstreuseln, sodass sie nicht von Erde bedeckt sind oder höchstens ganz dünn mit Erde bedeckt sind. Der keimt auch super schnell. Das ist echt sehr, sehr einfach, den hier vorzuziehen. Und der Salat wird auch später in einzelne Töpfchen pikiert, wenn er größer ist. Ich sähe jetzt auch noch die Sorte Little Jam aus. Die ist nicht ganz so schossfest, aber ich mag die einfach total gerne und deswegen kommt die jetzt auch nochmal ins Beet. Machen wir weiter mit einem Wintergemüse, dem Wirsing. Und da kann ich mich diesmal echt nicht entscheiden. Ach, tatsächlich habe ich eine Saatkottütchen doppelt. Da sähen wir normalerweise immer die Sorte Winterfürst aus. Wir haben aber dieses Jahr, das habe ich ja im letzten Video schon gezeigt, im letzten April, außer im Video, dass wir mal etwas Neues ausprobieren. Das ist eine Kreuzung aus Wirsing und Weißkohl. Ich weiß nicht, warum sie violett ist. Violett-rotes Umblatt. Ich stelle mir das super schön vor und deswegen wandert die jetzt auch nochmal in die Erde. Wenn ihr euch wundert, warum wir jeden Monat immer wieder die gleichen Gemüse aussähen, das machen wir, um eine gestaffelte Ernte zu haben, dass die in unterschiedlichen Stadien reif werden. Ich mache das, seitdem ich diese Monatsaussatz-Video mache für euch, ein bisschen extremer, weil ich euch ja auch hier irgendwas zeigen möchte. Normalerweise würde ich nicht jeden Monat Wirsing aussehen, wenn es irgendwie möglich ist. In der Tendenz ist das schon super wichtig, damit man nicht nur einmal eine große Ernte hat, sondern das ganze Jahr über immer wieder ernten kann. Deswegen versuchen wir das eben so zu staffeln, dass es ein bisschen mehr so ist, als wenn wir in den Laden gehen und uns unser Gemüse da kaufen. Da würden wir uns ja auch immer hiervon ein bisschen, hiervon ein bisschen nehmen und nicht einfach einen ganzen Einkaufswagen voll Wirsing auf einmal. Das überfordert einen schnell und das ist dann schade, wenn es einem die Lust am Gärtnern verdirbt. So, der Winterfest landet aber jetzt auch noch in den Aussatzschälchen. Dann habe ich hier noch den Rotkohl liegen. Den lasse ich jetzt weg, weil wir haben echt genug Rotkohl vorgezogen dieses Frühjahr. Aber für diejenigen von euch, die den vielleicht noch nicht so viel in ihren Anzuchtschalen stehen haben, den könnt ihr jetzt auf jeden Fall auch aussäen. Man kann jetzt auch noch Gurken, Zucchini, Kürbis und Melonen im Haus vorziehen. Wir haben das im April schon gemacht. Deswegen packe ich euch das Video, wo ich euch zeige, wie das geht, mal unten in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch das später noch anschauen. Wir werden dieses Mal eine kleine Spezialbehandlung vornehmen für unsere Pflänzchen, weil wir dieses Jahr ein super großes Problem mit Trauermücken haben. Und viele von euch wahrscheinlich auch. Die kommen immer mal wieder. Also viele Leute haben mit denen zu kämpfen. Wir bekämpfen die, indem wir Gelbtafeln aufstellen und mit Nematoden arbeiten, weil bei Trauermücken ist das so, dass die Larven eben an den Pflanzenwurzeln rumknabbern. Und dadurch sterben die Pflanzen ab. Die sehen aus, als hätten sie seit Wochen kein Gießwasser mehr bekommen und sterben einfach ab, obwohl du immer weiter gießt. Das ist total frustrierend. Und deswegen geben wir Nematoden mit ins Gießwasser, die diese Larven parasitieren und denen dann eben den Garaus machen. Und deswegen feuchte ich die Erde jetzt erstmal an hier mit meiner tollen Ballbrause. Und dann mische ich jetzt Nematoden ins Gießwasser. Das soll man immer ausbringen, wenn die Erde schon feucht ist. Ich komme hier rein. Dann rühren sie gut um. Und dann gieße ich damit jetzt nochmal über die Pflänzchen drüber, sodass sich hoffentlich keine Trauermücken in unseren Töpfchen ausbreiten, weil das ist super ärgerlich, wenn man so viele Jungpflänzchen an die verliert. Eine andere Maßnahme, die auch gut gegen Trauermücken hilft, wäre eine dünne Sandschicht auf der Erde auszubringen. Da würde ich aber erst warten, bis die Pflänzchen dann alle auch aus der Erde schauen, bevor wir das dann machen, falls es nicht so besser wird. Aber bisher hat das ganz gut geholfen, nur die Nematoden zu verwenden und die Gelbtafeln zusammen, um die rumschwirrenden Fliegen abzufangen, damit die keine Eier mehr legen können. Und jetzt schauen wir mal, welche Gemüse wir jetzt im Mai nach draußen direkt ins Beet säen können. Da fange ich erstmal mit denen an, die auch Anfang Mai schon gehen, die also ein bisschen frosthärter sind und wo man nicht bis auf die Eisheiligen warten muss. Und dann später erzähle ich euch, welche Gemüse ihr nach den Eisheiligen noch raussäen könnt. Das ist einmal der Chicorée. Den kann man jetzt wunderbar ins Freiland säen. Ich habe euch ja ein Chicorée-Video versprochen und ich hoffe richtig arg, dass ich das dieses Jahr filmen kann. Letztes Jahr hat der Chicorée die ganzen Pfauen- und Hühnerattacken leider nicht überlebt. Unsere Nachbarn haben Hühner und Pfauen und die kommen jeden Tag in den Garten und reißen alles raus, was ihnen unter die Füße kommt. Ich werde den Chicorée dieses Jahr so gut beschützen, wie ich kann. und dann hoffentlich im Winter ein Einlagerungsvideo für euch filmen, sodass ihr wisst, was ihr mit euren Chicorée-Wurzeln dann anstellt, damit ihr die im Winter im Haus treiben könnt. Erbsen kann man jetzt auch nach draußen säen, sowohl die Zuckererbsen als auch die Markerbsen. Das ist auch ganz clever, auch wenn ihr vielleicht im Februar oder März schon Erbsen gesät habt, das jetzt nochmal zu machen. Erbsen wachsen relativ schnell, da könnt ihr immer mal wieder neue von aussäen, sodass ihr da immer mit frischen Erbsen versorgt seid. Das sind auch eines der besten Gemüse. Oder wenn man die so vom Strauch zupft, die sind so lecker und süß, wenn man die frisch isst. Und sobald man die ein bisschen länger lagert oder man die im Laden kauft, haben die ihren ganzen Zucker schon in Stärke umgewandelt. Das heißt, das ist ein Gemüse, wo es sich mal so richtig lohnt, das selber im Garten anzubauen, weil die frisch einfach um Längen besser schmecken als alles, was man im Laden kaufen kann. Der Mangold kann jetzt auch wieder nachgesät werden. Beim Mangold muss man nicht so viel staffeln, weil man den ja immer wieder beernten kann. Man kann entweder nur die äußeren Blätter ernten und den Rest stehen lassen, sodass er nachwachsen kann. Oder man schneidet den ungefähr so viel über dem Boden ab, sodass der wieder austreibt. Es ist nicht verkehrt, jetzt nochmal eine spätere Mangoldaussatz zu machen, sodass ihr, wenn die älteren Mangoldpflanzen irgendwann nicht mehr so viel Power haben, wieder frischen Nachschub habt. Karotten kann man nicht mehrmals ernten, deswegen säen wir die quasi jeden Monat aus. Jetzt gehen wir auch zu den Lagerkarotten über. Ich habe jetzt am Wochenende zum Beispiel gerade ganz, ganz, ganz viele Karotten ausgesät. Also sagen wir mal so 30 Reihenmeter sind es bestimmt gewesen. Einfach damit wir dann eine große Ernte haben, die wir dann im Herbst einlagern können in unserer Erdmiete und den ganzen Winter über frische Karotten aus der Erdmiete eben ernten können. Aber zum Frischernten sähe ich natürlich kleinere Sätze aus. Und das ist auch wieder total sinnvoll, auch wenn ihr nichts einlagern wollt, da jetzt nochmal eine kleine Menge Karottensamen in die Erde zu bringen, sodass euch der Nachschub nicht ausgeht. Genauso säht ihr jetzt auch am besten noch eure Pastinaken aus, wenn ihr das nicht gemacht habt. Das wird langsam schon ein bisschen spät für die. Pastinaken sind ja ein Wintergemüse. Die sind ein bisschen langsamer als die Karotten. Das heißt, die brauchen ein bisschen mehr Vorlaufzeit. Die kann man auch im Februar eigentlich schon in die Erde bringen. Die Radieschen kann man ja eigentlich eh rund ums Jahr säen. Die gehen jetzt natürlich auch wieder, genauso wie der Rettich, der auch auf meiner Liste steht. Und Rucola kann man jetzt auch säen. Rucola ist echt so ein cooles Gemüse. Das wächst so schnell. Und wenn ihr das gerne mögt, vielleicht so eine Pizza mit frischem Rucola drauf. Das ist einfach super lecker. Und dann so gehobeltem Parmesan drüber. Ich bin ganz froh, dass unser Rucola da drüben schon wieder richtig groß ist. Ich freue mich schon. Man kann jetzt auch noch Zwiebeln säen. Die könnt ihr einfach direkt ins Beet säen. Dann achtet immer darauf, dass das Beet möglichst unkrautfrei ist, weil sich die Zwiebeln nicht so gut gegen andere Pflanzen behaupten können. Zwiebeln und Möhren sind zum Beispiel auch eine tolle Mischkultur. Da könnt ihr beide auf ein Beet packen, weil die Möhren Unkraut auch nicht so toll finden. Die passen sehr gut zusammen. Auch aus vielen anderen Gründen ist das eine tolle Mischkultur. Ihr könnt jetzt auch Steckzwiebeln pflanzen. Da ist die Ernte einem ein bisschen sicherer. Es ist ein bisschen leichter, Zwiebeln aus Steckzwiebeln anzubauen. Das ist natürlich auch ein bisschen teurer, wenn man die kaufen muss, aber für Anfänger auf jeden Fall die leichtere Wahl, wenn man seine eigenen Zwiebeln anbauen möchte. Und wenn Mitte Mai die Eisheiligen vorbei sind, das heißt, wenn keine Spätfröste mehr anstehen, das ist in diesem Jahr ab dem 16. Mai der Fall. Aber wenn du das in einem anderen Jahr als 2021 schaust, dann schau lieber nochmal den Kalender. Dann können eben auch die Mimosen, die empfindlicheren, die Frostbeulen unter den Gemüsen ausgesät werden. Das sind zum Beispiel einmal die Busch- und die Stangenbohnen. Die sollte man erst säen, wenn wirklich keine Fröste mehr anstehen, sonst sind die ganz schnell hinüber. Machen wir weiter mit den Gemüsen, die man jetzt rauspflanzen kann. Also die Pflänzchen, die ihr entweder in der Gärtnerei oder auf dem Wochenmarkt gekauft habt oder die ihr selber im Haus vorgezogen habt. Das geht jetzt mit allen Kohlgemüsen. Die sind ja sowieso schon seit ungefähr März mit dabei. Die sind relativ frosthart, das heißt, die kann man, sobald sie abgehärtet sind, direkt nach draußen ins Beet pflanzen. Brokkoli, Weißkohl, Rotkohl und so weiter, Kohlrabi. Alle Kohlgemüse sind jetzt möglich und auch schon lange möglich. Genauso wie der Salat und die Zwiebeln und den Lauch, die ihr vorgezogen habt. Das da sind meine Pflanzkartoffeln. Der Mai ist nämlich der perfekte Monat, um Kartoffeln zu pflanzen und wie das funktioniert. Und zwar ganz ohne Umgraben und wie man mit denen ein ganz neues Beet anlegen kann. Darum geht's nächste Woche. Also schaltet auf jeden Fall nächsten Samstag wieder ein. Dann kommen wir zu den wärmeliebenden Kandidaten, die ihr rauspflanzen könnt, wenn die Eisheiligen vorbei sind. Und das sind die Gemüse, die so richtig Spaß machen. Ihr könnt dann Tomaten pflanzen, Gurken, Zucchini, Auberginen, Paprika. Die ganzen, also auch Melonen können dann ins Beet. Die Kürbisse sind sehr frostempfindlich. Das heißt, die dürfen auch nach den Eisheiligen nach draußen. Zum Thema Tomatenpflanzen, was ja jetzt für uns alle ansteht, gibt es super viel zu sagen und super viel, was man falsch bzw. richtig machen kann, damit man dann am Ende auch eine super Ernte hat. Und darüber habe ich auch schon mal ein komplett eigenes Video gemacht. Also schaut euch das gerne an, das verlinke ich euch da drüben. Ansonsten geht raus, macht die Welt ein bisschen grüner. Wir sehen uns am Samstag wieder um 10 für ein neues Video.